Hallo meine Lieben, ja wie ihr seht, es regnet schon den ganzen ganzen Tag, aber woanders schneit es, ja. Jo, jetzt wollte ich gerne mal wissen, wie ist das Wetter bei euch? Regen, Schnee, Sturm oder habt ihr gar Sonne? Das wäre für mich sehr interessant zu erfahren. Ja, okay. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Kommentare. Bis dann, tschüss.